hallo und herzlich willkommen bei virtues in der neuen folge creative was dank dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem kanal wir machen eine patchnode folge draus ich weiß ich bin ein bisschen spät aber besser zu spät als nie weil tage einfach nicht zu hause ich weiß darf man eigentlich gar nicht sagen so und zwar ist das phishing update rausgekommen ich glaube eher 34 64 ich bin mir gar nicht sicher und hat echt viel dabei teilweise schöne sachen aber halt auch schwer zu bekommene sachen muss ich auch noch mal dazu sagen so als allererstes fangen wir einfach mal mit dem store an schöne sachen zwei habe ich mir mal gegönnt und so habe ich es bekommen von den newton machern das ist gekauft ich weiß gar nicht und zwar ist einmal hier das atlantic bundle drin da war diese schönen utensilien und dementsprechend auch rezepte und dann gab es glaube ich ich glaube nur dieses bundle neue steine gab es natürlich dann gab es diesen schönen rocket hammer die schere den hammer die flügelein und die gucken wir uns jetzt mal an so mit e können wir uns das nämlich anschauen charakter koste meisen sports da waren wir hier diesen hammer erinnert ihr ein bisschen an tors hammer als an die atlantik fände ich persönlich hat was und du hast diesen scheren griff hier den finde ich jetzt sehr gut semi geil für fans von den krabbel fiechern bestimmt toll aber für mich jetzt nicht so ich bleib bei dem das schläft nicht echt mega gut so dann haben wir flügel die muss man echt ansetzen oder was um die mal zu sehen das sind die standard flügel in rot fürs outfit kann man die noch mal nutzen dann haben wir die fledermäuse finde ich auch eigentlich ziemlich cool weil die vor allen dingen ziemlich weit gehen also weit nach unten und schön groß sind muss ich auch zugeben und wir haben die engels flügel die entfalten sich so ein bisschen hat auch was wer es mag ich bleib doch lieber muss ich ehrlich gestehen bei meinen mechanischen hier so ein bisschen steampunk passt halt hier besser auch rein so dann kommen wir doch mal zu den steinchen ich weiß gar nicht mehr welche zwei dabei waren ich habe mal alle frei gespielt da haben wir hier einmal die atlantic block wall die finde ich persönlich ziemlich gut muss ich zugehend Atlantic wave wall ist schön man sieht es hier an den unterschieden dass die ineinander übergreifen also die kann man in fortlaufend irgendwo mit einbinden Atlantic twiddet halt so symbol mäßig hier haben wir Atlantic accent ist halt der hat halt hier oben so ein deswegen habe ich den hier mal gedreht eine sonne oder so eine Sonnenblume und so eine blume und den hier den symboltürm finde ich ziemlich nice muss ich zugeben den finde ich ziemlich nice dann haben wir hier eine vase da habe ich jetzt gar nichts drin kann ich nur was rein tun blub sieht ganz spektakulär aus eine pflanze kann man da wahrscheinlich rein machen ja hat was dann haben wir hier einen Kelch Deko Kelch Decker nix Tisch und Stuhl natürlich passend eine weiß gar nicht was sie macht ja eine kiste mit sushi drauf mein sushi habe ich da selber drauf gelegt das sind diese sachen Filet vom Karottenfisch ne wie heißt der wirklich Karottenfisch ja doch der Faltöl klarer Standard ist immer dabei ne Muschel die Muschel ist ne Giste dann haben wir Dach in sämtlichen Variationen achja hier die Lampe die Lampe ist nämlich auch ziemlich nice die finde ich persönlich ziemlich gut Dach so Korallen Diamanten also man kann es echt bei den Diamanten mit reinziehen so Treppe und dementsprechend auch Stein den finde ich ziemlich cool muss ich auch sagen nur zugewuchert kann man natürlich auch alles einfärben muss man immer noch zu sagen ne ok aber die Pflanzen macht er nicht weg dann haben wir den mit den Krakenarm drauf ihr seht so wäre es richtig und das ist oben drauf und ne Tür wenn man zwei davon hat kann man hier hat man hier so ein Oktopusi so und dann ist es ein neues Tier mit in die Welt gekommen und das ist halt leider auch der wichtigste Baustein dafür suchen wir uns mal ein kommt in tiefen Gewässern wohl vor da ist er ist leicht zu töten und der droppt halt das hier das ist ein sehr wichtiges Element was man benötigt also es geht halt viel mit Muscheln das finde ich auch ziemlich nice eigentlich wenn man sich so die macht aber kann ich die hier suchen Atlantik da haben sie leider noch nichts zu gemacht genau hier ihr seht guck mal die sind so standardmäßig aber hier man braucht immer überall das das Mineralwasser das ist ziemlich dazugekommen also das sumpfige und wir haben einen neuen Päuschen da muss ich mal mitmachen wo ist er denn den da da brauchste vier von Alter Falter äh damit kannst du schneller schwimmen und unter Wasser länger atmen auch ziemlich nice Popo unter Wasser ja was sie ziemlich gut gelegt haben geregelt haben ich kann jetzt hier mal die Lampe wegnehmen normalerweise hast du was runter gesetzt und das ist dann äh zeig ich das mal das sieht man jetzt gleich bestimmt Wasser unter Wasser setzen bringt richtig viele Punkte guck mal ich habe nicht mehr diesen Rand von dem Wasser ringsrum finde ich mega gut wenn ich jetzt hier so eine Muschel lege die jetzt auch nicht das haben sie generell glaube ich weg gemacht bin ich sehr sehr toll weil das hat mich vorher immer sehr sehr gestört ich weiß gar nicht wie es bei Ecken aussieht so wir können ja mal die Lampe mitnehmen auftauchen bevor wir hier absaufen Ecken und Treppen das muss ich mir nochmal angucken vielleicht selber auch nicht genau das wäre natürlich mega cool jawoll ja finde ich richtig gut dass sie das eigentlich mal raus gelöst haben sonst hast du mal so eine Kante da gehabt finde ich sehr gut finde ich richtig gut dass sie das geschafft haben das zu patchen das ist wirklich viel wert und da kann man dann auch mal schön unter Wasser Gebäude bauen daran habe ich mich immer quasi und gesagt ne mach ich nicht weil es sieht alles immer scheiße aus richtig gut einen negativen Punkt habe ich zu dem Update aber das hier das finde ich ja schrecklich warum ich weiß nicht ob man es ändern kann da habe ich noch gar nicht weiter schlau gemacht wir hätten gerade mal so ein ich finde es nicht toll warum das jetzt alles so blau ist warum das jetzt alles so blau sein muss das hätte man nicht machen müssen meine Meinung so und damit habe ich glaube ich schon Astflasters durch ich gucke nochmal hier kurz durch meine Infos Blockphasen Sprit behoben ja das war das Samplefacken folgende korrekten Ausrichtung der Platzierung wohl behoben wenn da aufgenommen werden sonst werden wir noch nicht mehr angezeigt für das Mini einschränkmalen Eisenstangen haben jetzt eine volle Hitbox was ob immer das bedeuten so habe ich nicht Eisenstangen ne mit dem kann ich nichts anstellen ok keine Ahnung was damit gemeint ist aber das war es eigentlich schon zum Update ja ist ein großes Update geworden immerhin eine neue Kreatur das mit dem Wasser finde ich schon gut ich weiß das mal direkt ab hier wieder dass ich das wieder Jahre stehen ich habe keinen Platz mehr hier warum muss das blau sein das verstehe ich nicht unnötigerweise was anderes wollte ich jetzt ich wollte genau ich wollte hier nur das Zeug reinschmeißen was da kann man auch noch dazu zählen ja wie gesagt damit soll es das hier mit schon gewesen sein ich hoffe euch hat es gefallen wenn ja ruhig runter in die Kommentare damit euch lasst mir ein Abo da wenn ihr es noch nicht habt und dann sehen wir uns in der regulären Aufnahmezeit wieder da habe ich auch schon ein paar Sachen reingeschmissen Schulterfuhl ah ja den hätte ich aufgestellt weil ich dachte ich muss das irgendwo kochen war nicht der Fall da kann man sich ein schönes Unterwasserzimmer basteln danke bis zum nächsten Mal tschüss das gibt es die Aiwann auch da die Vielen Dank.